Niko, Thomas, stellt euch mal vor, was das für eine tolle Atmosphäre wäre, wenn dieses Stadion ausverkauft ist. Wenn das Sparta-Bank Hessen-Stadion gegen Karlsruhe voll ist, gewinnen wir alle. Der Traum kann Wirklichkeit werden. Deshalb macht mit bei der Aktion 7.000, 14.000 ausverkauft. Und jeder profitiert davon. Alle weiteren Informationen gibt es auf der UFC-Homepage. Gemeinsam kämpfen wir für ein unvergessliches Erlebnis.